Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wenn du vom Weg abkommst, bist du auch dafür verantwortlich, was dort passiert. Du bist überhaupt verantwortlich für den ganzen Weg. Du kannst den rechten Weg gehen. Du kannst dich aber auch verführen lassen auf einen anderen Weg. Wir allein haben die Entscheidung. Du entscheidest über deine Zukunft. Die Zukunft gehört dir. Wo geht's hin? Ja, wo geht's hin? Nach dem Gottesdienst geht's nach Hause oder zu unserem schönen Bistro und noch ein bisschen was Schönes essen, Kaffee trinken. Aber das meine ich nicht. Wo geht's hin? Zunächst mal auf dieser Erde geht es irgendwo hin. Und ihr seht hier die vielen Pfeile. Wir haben die Entscheidung, wo es hingeht. Wir selber dürfen entscheiden. Es gibt einen Weg, den uns die Bibel vorgibt, aber ich glaube, da muss ich keine Hände sehen. Wir haben schon manchen anderen Pfeil ausprobiert, weil der kürzer war, interessanter war. Wir meinten, da kommen wir schneller ans Ziel und haben es eigentlich doch nicht geschafft. Ja, wir wollen das große Ziel erreichen. Wir brauchen einmal die versprochene Belohnung zu bekommen, dass wir einmal in der Ewigkeit mit Jesus sein werden. Aber die meisten von uns haben schon noch eine Strecke vor sich. Und da heißt es, wo geht es hin? Eine Bank macht Werbung mit. Wir machen den Weg frei. Ja, wenn man Bank und Weg frei, dann denkt man immer an Zinsen, Kontoführungsgebühr und so weiter, Kredite. Ich glaube nicht, dass der Weg unbedingt für jeden den Weg ist. Wenn jemand ein Häuschen bauen möchte, ist das vielleicht schon ein Weg, einen Kredit aufzunehmen. Aber ich glaube, wir sprechen heute von etwas anderem. Wir machen den Weg frei zu einem Erfolg. Ja, der Erfolg ist manchmal bei der Bank stärker wie bei den Kunden. Aber Jesus hat gesagt, ich habe dir den Weg frei gemacht. Der ist fertig. Die Bank versucht immer noch einen Weg zu machen, um, ja, Leute zu helfen oder sich zu helfen. Aber Jesus sagt, ich habe dir den Weg frei gemacht. Ein freier Weg. Wir in Deutschland haben viele freie Wege. Und geh mal nach Südafrika und geh mal in den Busch. Da sind die Wege nicht immer frei. Auch in Israel, da regnet es mal, dann fehlt die Straße. Also den Weg frei gemacht. In Galater 5, Vers 1 heißt es, So besteht nun, so besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat. Und lasst euch nicht wiederum in das knächtische Joch fangen. Besteht auf die Freiheit, das knächtische Joch. Und ja, das knächtische Joch, die Sklaverei, da fällt mir die Geschichte von den Israeliten ein, die in Ägypten waren, die freigekommen sind. Der Plan Gottes, durch Moses sind sie rausgeführt worden. Sie waren Sklaven dort, sind dann Richtung Rotes Meer. Das Meer war das Problem, da kam man nicht durch. Und dann kamen schon wieder die Zweifel, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da hat es Tibunstegs gegeben, da hat es, ja, richtig Fleisch gegeben. Ja, sie hatten so Sehnsucht, mehr nach dem Essen wie die Freude von der Sklaverei wegzukommen. Und wir kennen die ganze israelische Geschichte, die Geschichte vom Volk Israel. Sie sind dann ja durch das Rote Meer, durch ein Wunder hindurchgekommen und dann sind sie in der Wüste gewesen. Sie waren befreit, sie waren keine Sklaven mehr, aber sie haben sich wieder ein Götzen gebaut. Sie haben sich selber wieder zum Sklaven gemacht. Drum heißt es hier, dass wir wirklich auch bestrebt sein sollen, bestrebt sein sollen, frei zu sein. Besteht nun in der Freiheit, zu der ihr Christus befreit habt. Christus hat uns am Kreuz befreit. Aber viele Christen leben unter Sklavereien, unter religiösen Sklavereien, unter allen möglichen Sklavereien. Aber ich meine auch die geistige Sklaverei, wo so viele sich reinbegeben in eine Sache. Und ich sage dir, es ist doch eigentlich so einfach, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Für manche ist es so einfach, dass sie es kompliziert machen. Die Zukunft gehört dir. Wo geht es hin? In 2. Mose 13, Vers 21 heißt es, Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, dass er den rechten Weg führte, und des Nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete, zu Reisen Tag und Nacht. Ist das nicht komfortabel? Gott selbst hat ihnen einen Weg bereitet. Und die Feuersäule und auch die Wolkensäule war gleichzeitig auch die Klimaanlage. Also tags die Wolkensäule, dass die Sonne nicht so stecht und nachts wird es in der Wüste sehr kalt. Da die Feuersäule. Und es war alles da. Der Weg wurde bereitet. Und ich sage dir auch, wir leben im Neuen Testament, aber Gott geht vor dir her. Nur ist die Frage, folgst du ihm oder sagst du, ah nee, hier ist viel interessanter. Und du gehst ein Stück weit und meinst, jetzt hast du was ganz Neues rausgefunden, merkst aber, dass das nicht unbedingt der Weg ist. Wie oft stehen wir in unserem Leben vor einem Jordan? Der ja voll Wasser ist. Oder einem roten Meer, wo wir dachten, das ist der Weg und dann ist das Problem da. Und du sagst, Herr, jetzt bin ich mal mit dir diesen Weg gegangen und jetzt habe ich das Problem. Hinter mir die Feinde, sagten die Israeliten. Hinter uns waren die Feinde, sagten die Israeliten. Und vor uns das Rote Meer. Ja, das ist ein Problem. Und Gott hat sie da hingeführt. Sind wir nicht ab und zu auch in unserem Leben in solchen Situationen, wo wir zurück können, wir nicht mehr, vor können wir nicht. Wo wir sagen, oh Gott, wo hast du mich hingeführt? Aber ich sag dir, wenn Gott mit dir ist, er teilt für dich das Rote Meer. Wie auch immer und was auch immer das sein mag. Er teilt das Rote Meer. Lasst uns in Jesaja 42, 16 schauen. Aber die Blinden will ich auf den Weg leiden, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigern, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckeriche zur Ebene. Solches will ich ihnen alles tun und sie nicht verlassen. Das heißt alles, was so, dass die ganzen Schlaglöcher und die ganzen Felsspitzen und so weiter. Er möchte den Weg bereiten. Das hat Gott verheißen und diese Verheißung gilt auch uns. Er will uns einen Weg bereiten. Er will uns nicht, dass wir gegen irgendwie eine Wand laufen oder irgendwie gegen was rennen, wo wir sagen, oh Gott, was ist denn das? Er will uns führen und ebnen, was uns behindern will. Das will er wegnehmen. Das heißt nicht, dass nichts da ist, aber er wird es und will es wegnehmen. Gott hält, was seine Werbung verspricht. Gott hält, was seine Werbung verspricht. Und das ist wunderbar. Gott hält das, was er verspricht. Stimmt's? Das ist wunderbar. In Matthäus 28, Vers 20 heißt es, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das lang? Ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur sonntags. Es gibt das so Christen, die sagen, sonntags ist eine gute Sache. Das mache ich mal. Ein Sonntag, also einen Tag in der Woche gönne ich mir mit dem Glauben. Nein. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn die Welt endet, dann geht es im Himmel weiter. Also unendlich ist er mit uns. Ist das nicht wunderbar? Er ist unendlich mit uns. Und ich sage dir, die Zukunft gehört dir. Wo geht es hin? Ja, er lässt dir die freie Wahl. Er lässt dir die freie Wahl, wohin du gehst. Vorwärts, rückwärts, seitlich. Und er kommt nicht hinten nach und schimpft und sagt, warum hast du nur und so weiter. Aber wenn du vom Weg abkommst, bist du auch dafür verantwortlich, was dort passiert. Du bist überhaupt verantwortlich für den ganzen Weg. Du kannst den rechten Weg gehen. Du kannst dich aber auch verführen lassen auf einen anderen Weg. Oder mal so einen Abstecher machen. Er lässt uns die Wahl, welchen Weg wir gehen möchten. Ja, Wege. Den Sonntagsweg. Ja, sonntags. Lebe ich ganz bibelkonform. Ja, oder du sagst, ja, den Kompromissweg. Ja, ein bisschen da, ein bisschen dort. Und Herr, du weißt ja, also ich kann nicht zu viel für dich. Ja, ich muss da und muss noch dort. Und weißt du, da und weißt du, dort. Oder den Vergangenheitsweg. Ja, was ich alles falsch gemacht habe und früher und was ich da und dort falsch gemacht habe. Und du beschäftigst dich nur mit deiner Vergangenheit und hast keinen Mut mehr, vorwärts zu gehen. Du hast den Schritt nicht mehr gemacht in die Zukunft, sondern du stehst da und lebst in der Zukunft, in der Vergangenheit. Und wir sollen nicht in der Vergangenheit leben. Wir sollen die Vergangenheit aufräumen. Du kannst sie nicht mehr ändern. Du kannst weinen über deine Vergangenheit. Du kannst klagen. Es kann dir leid tun. Du brauchst Vergebung. Die gibt es am Kreuz. Und ich sage dir, wenn du immer in der Vergangenheit nachgrabst. So Menschen, die sagen, ich habe meine Kinder falsch erzogen oder ja, habe den falschen Mann oder Frau geheiratet und so weiter. Ja, ich sage dir, die Zukunft liegt vor dir. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Aber der Feind möchte dich sehr, sehr gerne in der Vergangenheit halten, weil da passiert nichts, wenn du da rumgräbst. Das treibt dich unter Umständen in Depressionen. Und manche gehen gerne den Leidensweg. Ja, weil Jesus gelitten hat, muss ich auch leiden. Das gibt welche, wo sagen, das ist auch biblisch. Ich sage dir, nein, er hat für dich gelitten, damit du frei sein kannst. Und das ist das Wunderbare. Du musst nicht einen Leidensweg gehen, was auf dich nehmen, freiwillig auf dich nehmen, einen Leidensweg. Nein, Jesus am Kreuz hat für dich gelitten. Und das ist das Wunderbare. In Jeremia 21, Vers 8 lesen wir es. Siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Ja, wir können frei entscheiden. Wir können frei entscheiden. Es zwingt dich niemand daran zu glauben. Auch hier im Haus zwingt dich niemand daran zu glauben. Aber ich sage immer, ja, du musst dann aber auch die Folgen tragen. Wisst ihr, in der Bibel, das ist ja eigentlich die Bedienungsanleitung für uns Menschen. Da steht drin, wie wir zu leben haben und wie wir mit Gott unterwegs sein können. Aber wir können nicht die Ergebnisse der Bibel fordern. Die ganzen Verheißungen, Hilfe, Schutz und so weiter. Wir können das nicht fordern, wenn wir nicht nach der Betriebsanleitung laufen. Ja, da gibt es den Gratenweg, den ich jedem empfehle. Den Gratenweg zum Kreuz. Ja, Graterweg zum Kreuz. Da sagst du, oh nee. Ja, aber am Kreuz wurde der Sieg für dich errungen. Jesus hat für dich persönlich den Preis bezahlt. Und seither ist Vergebung und weil Vergebung möglich ist, haben wir wieder freien Zugang zu Gott. Wir können in jeder Ecke, wo wir sind, in der Straßenbahn, im Zug oder im Flugzeug oder beim Backen, wir können zu jeder Zeit direkt zu Gott kommen und mit ihm Gemeinschaft haben und zu ihm beten. Das ist so wunderbar. Der direkte Weg. Schaut, ja, bei Mose sind sie immer im Kreis rumgegangen und wiederum, sie hatten die Verheißung, ins verheißene Land zu gehen. Aber sie haben es bevorzugt, immer in der Wüste das Gleiche, immer im Kreis zu gehen. Joshua und Kaleb, die zwei, die haben den Mut gehabt und sind in das verheißene Land. Und die Geschichte zeigt uns ja, dass dann die, die ins verheißene Land gegangen sind, die nächste Generation, wirklich das verheißene Land eingenommen haben, Stück für Stück. Es gibt aber auch nicht nur den geraden Weg, es gibt den Weg zurück, habe ich gerade gesagt, den Weg in die Vergangenheit. Ja, wieder nach Ägypten zurück, da mussten wir zwar schuften, da waren wir zwar Sklaven, aber wir hatten das und wir hatten das und wir hatten das. So viele wollen auch zurück vor der Pandemie und sagen, ja, da war das besser, jenes besser und so weiter. Richtig, es war besser. Aber es gibt keinen Weg zurück. Du kannst zwar zurückblicken, aber die Zukunft liegt vor dir. Ja, oder den Weg, ja, mal was anderes zu machen. Es muss aufregend sein, ja, Piraterie, ich hole mir das und jenes und ich mache, wie es will und ich muss leben und links und rechts und das und jenes ausprobieren. Kannst du, aber die Folgen hast du an der Backe, die hast du entschieden. Oder dann gibt es die, mir ist alles egal, ich lasse alles rennen in der Zukunft, ich lasse alles rennen. Och, es kommt doch so, wie es kommen muss und so weiter. Ich sage dir, nein, entscheide dich. Du kannst nicht den Tod wählen und das Leben erwarten. Und das ist, ihr Lieben, da müssen wir wirklich aufpassen. Was führt zum Tod und was führt zum Leben? Den Lebensweg, den du mit Gott vorbereitet hast, den darfst du einnehmen. Den Lebensweg, den dir Gott vorbereitet hat, den darfst du einnehmen. Nicht du hast ihn vorbereitet, sondern er hat ihn vorbereitet für dich. 5. Mose 11, Vers 24, beginnend. Alle Orte, darauf eure Füße, Fußsohle tritt, sollen euer sein. Von der Wüste an und von dem Berg Libanon und von dem Wasser Euphrat bis ans Meer gegen Abend soll eure Grenze sein. Ja, das war mit Joshua. Alle Orte, darauf eure Fußsohlen tritt. Ja, das ist, damals hat es wirklich Fläche bedeutet, heute bedeutet es für dich in deinem Leben. Da und ich trete darauf und sage, ich nehme die Krankheit ein, dass die Krankheit besiegt ist. Und ich nehme dieses Land ein, dass meine Kinder gesegnet werden. Das Land, auf dem deine Füße treten. Niemand wird euch widerstehen können. Das ist auch gut. Das zählt für uns heute noch. Denn der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Siehe, ich lege euch heute vor, den Segen und den Fluch. Den Segen, so ihr gehorcht, den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, so ihr nicht gehorchen werdet, den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Weg, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Wir allein haben die Entscheidung. Du entscheidest über deine Zukunft. Segen oder Fluch? Es ist deine Entscheidung. Und wie viele Menschen, die zu einem kommen und beten um Gottes Hilfe, die haben zum Teil Flüche ausgesprochen. Und ich spreche nicht von ganz so Hexenzeug und so. Nein, sondern einfach nur ist über deinem Leben etwas ausgesprochen. Dies und das, bin ich sicher, das wird nicht funktionieren. Oder das bringt mich um. Das sind ganz einfache Sachen, aber sind Aussagen. Du entscheidest, was du redest und du entscheidest über deine Zukunft. Richte deine Augen auf Jesus und nicht auf deine Umstände. Wir haben alle irgendwie etwas in diesem Leben zu meistern, wo es richtig hart hergeht. Und auch wir, nicht, wenn man ein Mikrofon hat und hier vorne stehen kann, hat man keine Probleme. Nein, aber mit unserem Gott. Es heißt auch, David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und es heißt nicht, wenn du Christ bist, dass keine Mauern da sind. Aber Gott hat eine Lösung für deine Situation. Johannes 14, Vers 6 heißt es, Jesus spricht zu ihm. Ich bin. Das heißt fertig, er ist es. Ich werde sein oder bin immer und so weiter. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt nicht, ich bin ein Weg. Sondern ich bin der Weg. Und nicht, ich bin eine Wahrheit. Ja, Wahrheit und Politik, das ist in unserer heutigen Zeit so ein Thema. Du findest in jedem Land, in alle Richtungen, Wahrheiten, die keine Wahrheiten sind. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt auch, ich bin das Leben. Und das kann kein anderer sagen. Der Teufel tötet, der Teufel kann nur zerstören. Und er sagt, ich bin das Leben. Und wenn du willst, wenn du Ja zu ihm sagst und du dich für ihn entscheidest, kannst du ewig mit ihm leben. Und alle, die sich so entscheiden und entschieden haben, ja, guck mal links und rechts, die werden dabei sein. Hoffe ich. Ja, ewig leben. Das können wir uns heute noch nicht so gut vorstellen. Die Zukunft gehört dir. Wo geht es hin? Die Zukunft kannst du nicht aufhalten. Nicht so, wie es in der Bibel heißt, Sonne stehe still und die stand ein Stück still. Ich glaube, das kommt nicht nochmal vor. Aber die Zukunft kannst du nicht aufhalten. Die Zukunft, ja, die Prognosen sehen nicht so gut aus, wie die Zukunft so werden wird in unserem Land oder auf dieser Erde. Aber du kannst sie nicht aufhalten. Nur weil du dich nicht entscheidest, wird die Zukunft trotzdem kommen. Du treffst eine Entscheidung. Entweder nichts zu tun. Das ist auch eine Entscheidung. Dann kannst du aber nichts beeinflussen. Wisst ihr, geht mal auf so ein Freizeitboot im Stadtgarten oder so, wo man selber fahren kann und ein Wind bläst und du machst den Motor aus. Der bläst dich irgendwo in eine Ecke und du kannst nichts dagegen tun. Machst du aber den Motor an, kannst du steuern, wohin du willst, auch gegen den Wind. Und so ist es auch in deinem Leben. Die Entscheidung hat, deine Entscheidung hat Auswirkungen. Ob es die Entscheidung ist, nichts zu tun oder die Entscheidung, verschiedene Dinge zu tun, das hat wirklich eine Auswirkung. Und es ist unendlich für dich. Die Zukunft, ihr Lieben, die Zukunft ist für Kinder Gottes ewig. Aber jetzt noch ein paar Jahre warten, bis dann die Ewigkeit, der Adresswechsel stattfindet in die Ewigkeit. Ich sage dir, es ist wichtig, dass du jetzt Weichen stellst. Ja, es ist eine Entscheidung, die Zukunft, ihr Lieben, ist, in der Zukunft ist der Mittelpunkt immer noch das Kreuz, weil das Kreuz führt uns zu dem ewigen Leben. Ja, dein rotes Meer, es wird sich teilen. Das größte Wunder ist nicht Heilung, sondern die Liebe Gottes zu uns. Er liebt dich grenzenlos. Ja, Gottes Liebe macht Wunder möglich. Gottes Liebe macht alles möglich, was du brauchst. Wie wunderbar. Und zum Abschluss Jesaja 54, Vers 10. Und das soll eine persönliche Botschaft an euch alle sein. Jesaja 55, Vers 10. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Und ihr Lieben, Politik und so weiter, versprechen viel. Das hält manchmal kaum eine Stunde. Aber Gott hat das versprochen und erhält es. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Gott ist immer größer als deine Situation. Amen.